gehst du jetzt einfach auf und du kannst nicht hoch ne ja die rüstung also bringst du ihn an dich an nein die reichweite ist nicht lange also gehst du einfach wie ein verfiebter terminator durchs feuer und haust ihn ja vor noch ein eges schild also nicht für das feuer selber sondern weil danach beschossen wird und behakt wird was oder so und dann noch eine hammerhand auf den rüstungs durch dringungen ist er fast tot fernkampf weg schießt uns im rücken oder hinterher hätte das gedacht du hast gleich die schädel der unterschied hoffentlich auch der löschen auf das feuer nicht so eine reichweite gläuter schön weil davon wirst du ja gar nichts nach das ist ja so eine mechanik sache so weiter davon wird gleich sterben eine wp aufwenden taste to death die stich auch na ja nein da ran das sei jetzt nicht sehr beeindruckend aus zeig dir mal wie man das macht und du brauchst alle drei ap okay dann zeig ich mir das nicht sondern ich schieße schieße still fernkampf weg das ist eine powerwist ne ich kann böse dinge tun still wieder die kopf weg geschossen weil das ist kein mund da also still still ja papa nörgel sorgt für seine kinder das ist nicht umkippen hübing wo wenn er gleich kopflos und armlos aus dem doch der schlag hat nicht gereicht was haben wir noch lott ist irgendeiner von uns nicht irgendwie nicht so ja genau weil ich noch ein trug genau hätte ich ganz gern beim minikus ist nur ein ap das würde ich reichen na gut dann gucken wir mal was hier hinten ist nahkampf ich vermahne und drei space marines freundlich sind wir im fliegen kommen kommst du auferstehen aber nur 50 prozent ich glaube ich gehe immer noch ein bisschen näher ran dann kann ich durch mehr durchstürmen bauen wir erst flammenwerfer kann leider doch ein drei treffer dann da durch du hast volle munition dann geh bitte da ran ich glaube wir sind nur zwei aber einer von dann killen wir ja kannst du von dahinten auf zwei schießen man kann es nicht mal den finischen den dämon hinten ausschalten wäre sehr praktisch weil die im nahkampf ordentlich schaden machen jetzt haben wir noch du bist sehr wahrscheinlich viel zu weit weg für alles das bist du meistens können wir dir noch reaktionspunkte geben nein die emperor du verrückten wen triffst du hier die drei die drei klingt gut das ist das korn signal wird ignoriert das hat nichts damit zu tun was er gerade tut ähm ja mal aus den einträgen streichen dann schießt auf ihn hier das ist wie den stun bolt dann genau das ist wie den stun bolt dann genau das gefällt mir nicht du hast keine munitionen mehr richtig ich glaube er hatte noch munitionen wir haben noch die möglichkeit also erstmal jemanden zu heilen das kannst du auf ihn machen so und dann hätten wir noch 2 ap wenn wir das auch auf dich machen kannst du vielleicht den da im nahkampf binden aber ich glaube er ist näher dran aber den 2 ap jetzt eng mache ich trotzdem unser bitte kostet apothecary ist tankiger als unser tank heißt ich schicken nur halb vor mal ob du dann noch einen schuss rein bekommst besser als nichts naja mach auf da und einmal für den dreadnought nur sollte passen sollte nicht passen nicht nicht mehr ist ok schaden wird wesentlich schlimmer gewesen was zur helle ist der jetzt weg weg was das für ein paper dreadnought der hatte fast voller hp ein dämon schlägt zweimal auf ihn und er ist tot muss ich das dafür verwenden oder kriege ich das dafür hoffe ich kriege das dafür ich hoffe echt wir können reparieren auch wenn es einen monat dauert oder was aber es wird ziemlich die wenn es nicht mehr passiert wie es ein wirklich Wo waren jetzt die Portale? Da hinten ist eins, hier ist eins, da ist eins, ja in Laufrichtung weiter klingt, gut. Solltest du schließen, Junge. Solltest du schläfst. Solltest du schläfst. Solltest du schläfst. Solltest du schläfst. Das ist alles noch okay, wenn ich meinen Dreadnought zurückbekomme. Damit hältst du jetzt mehr aus dem Dreadnought. Solltest du schläfst. Solltest du schläfst. Solltest du schläfst. Solltest du schläfst. Schön, dass ihr uns übertreibenden einhalten, wir sollten gleich weg sein. Solltest du schläfst. Solltest du schläfst. Nein, kann man nicht. Natürlich nicht. Damit hätten wir jetzt auch die AP vergeigt. Warum auch nicht? 1 AP hast du noch. Damit kannst du ihm einen Rüstungspunkt weg machen. Wow. Ne, wir sollten lieber vor den Feinden da uns zurückziehen. Dann können wir uns zurückziehen. Wir haben uns zurückgekehrt. Na, wir haben uns zurückkehlt. Wir haben uns zurückgekehrt. Dann können wir uns zurückziehen. weil der kleine fizzle baum im weg ist finder äh 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 alle aufgerückt sind wir haben den ganzen kreis um uns um der menge wird er ist auch dran das ding was anderes hinter dem ist so eine runde noch überleben dann machen wir einen job der heilung der heilige todeszone verwundt war eben wenn du ihn zurückkriegst ist du schaden wenn du dich nicht zurückziehst weil du kannst ihm in nachkraft doch einmal stopfen ja hier hast du noch die zwei abgeben kannst du dann die die abgabe wir tun wie dann gut jeder hinten hat schützt dich mal stark stell dich so dass sie ehrlich eingreifen hier geben wir nur ein verlockendes flächenziel ab gut wir haben jetzt zwei tanken hier, das sollte eigentlich okay sein also geh so ein bisschen hier hin und wir haben nichts mehr da nein okay schießt jetzt einmal wow ja ja schießt tja kritt von daher geht jetzt vor macht einen flächenschuss und geht zurück einfach nur aus schwarz und Once! Need more rounds! Mhm. Pick. Pick, 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 pick. You will heal! What's more? Less than nothing. I spread Nurgle's gift. Mhm. Spread it. Believe me, not getting the sword. What? Ne, genau. Der braucht sich lieber. Der kommt nicht ran. Da sind ein Typen neben sich. Der wird eins immer schlagen können, ne? Was? Was? Was war das? Er holt sich in drei Zügen. Was denn auch in die Hose gehen kann? Die haben nur noch in die Hose hin? Was? 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 auch noch was ja ist alle was war das sieg gibt mir meinen dreadnought zurück wir weil der ist doch einfach einer kleinen puffwolke verschwunden aber nicht mal ein wrack oder sonst irgendwas war es wie hat mir das gemacht sieben attack marine daimos gut lege eine gefahrenzone mit einer spannung von 30 und 37 schießt gegen mehr reichweite für overwatch überwahrungsfähigkeiten des ritters erlangt plus seien schaden pro schuss ja mehr crit servo schädel mehr munition mehr reichweite erräte plus 20 prozent konzentration wo seine chance erhöht wird automatische fähigkeiten auszulösen das denke ich aber auch ganz gerne was ist nur rang 1 muss trotzdem mal sieht abgefahren aus ich brauche eine neue testzeichen hm ok zeigen wir mal wie das funktioniert so stase kann man brauchen wir und 25 tage reparieren also ja der dreadnought selber ist nicht zerstört hat jetzt aber auch keine erfahrung bekommen im ganzen einsatz das heißt im nächsten einsatz wird er wieder so schwach sein wie eben und es braucht wie viel 18 von diesen punkten also ich glaube die mission hat es gerade für diese gesamten kampagne das knick gebrochen wir werden am ende versagen weil er zwei schläge von der nackenwaffe nicht ausgehalten hat in 50 folgen oder so stase kann man sehen servitoren wir müssen gleich ein bruder verlieren also in wirklich auch immer wochen monate es dauert bis wir genug von diesen rekurierungspunkten da haben hätte mich schon gefreut dass wir zwei oder drei bekommen haben bei der mission eben gerade in diesem container aber das hier